Hallo und willkommen zu einem neuen Video, einem eurer liebsten Formate, denn ich habe mich mal wieder durch einige, einige Proteinregel durchgetestet. Es sind auch hier wieder sehr, sehr viele Veganer dabei und sehr viele eurer Wünsche, denn ich frage euch immer unter meinen Videos, also ich habe ja schon einige Proteinregel-Testvideos online und da frage ich euch immer, was ich noch so testen soll, welche Marken, welche Sorten und ja, davon habe ich einiges in diesem Video hier umgesetzt, also ich glaube, es könnte sehr interessant für euch werden. Wie gewohnt in der Infobox ist alles mit Timestamps versehen, da könnt ihr zu den Marken vorspringen, die euch am meisten interessieren. Ich freue mich aber natürlich, wenn ihr das ganze Video anschaut, denn das ist immer einiges an Arbeit. Wie immer Zutaten, Nährwerte eingeblendet, Preis, wo ich den Riegel gekauft habe und natürlich mal eine Wertung mit dazu. Dementsprechend freue ich mich da über einen Daumen nach oben, wenn ihr den da lasst und natürlich auch ein Abo. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit all den Proteinregeln, die ich so für euch getestet habe. Ich habe endlich den Grenade-Riegel mit Oreo gemeinsam gefunden. Also hier ist auch das richtige Oreo-Logo drauf, also ich glaube, das ist wirklich eine richtige Collab mit denen. Das ist ein 60 Gramm-Riegel, wie üblich bei Grenade, 233 Kalorien und 21 Gramm Protein. Und genau, also vegan auf jeden Fall nicht, wobei Oreos ja sogar vegan wären. Also ich fände es ganz geil, wenn die irgendwie einen veganen Riegel draus gemacht hätten. Wobei ich glaube, von Grenade gibt es generell noch keinen veganen, wenn ich gerade richtig liege. Jedenfalls sind das hier die Zutaten und ich sehe direkt auch schon Rinder-Kollagen-Riegel-Saat. Leider, also der hier ist auch mal wieder nicht vegetarisch. Ich habe auch unter dem letzten Protein-Riegel-Test-Video einen Kommentar bekommen, wie ich denn so dazu stehe, dass ich das ja damit auch unterstütze. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich meine an sich, natürlich hat die Person recht damit. Ich supporte das ja dann trotzdem damit. Also zum einen dadurch, dass ich mir den selber kaufe und zum anderen eben dadurch, dass ich das halt noch zeige. Wobei ich halt finde, ich sage es ja auf jeden Fall auch immer mit dazu. Und sage ja auch, dass das, also Kollagen-Hydrolyseid, das sind einfach Schlachtabfälle. I don't know. Ich weiß nicht, was meint ihr? Soll ich solche Riegel in Zukunft dann nicht mehr zeigen, wenn Kollagen-Hydrolyseid mit drin ist? Oder wie steht ihr so dazu? Mir gerne sehr konstruktiv einfach mal Feedback zu da lassen. Jedenfalls sind das hier die Zutaten. Konntet ihr euch jetzt, glaube ich, lange genug anschauen. Und so schaut der von innen aus. Also das ist wirklich so ein krasses, also da ist wirklich so eine Oreo-Schicht drin. Also ihr seht unten dieses keksig-dunkle und dann oben diese, ja, Oreo-Creme. Und es schmeckt auch wirklich, als wäre da ein Oreo drin. Also der ist wirklich geil. Ich habe gerade gleich drauf geschaut, ob hier richtiger Zucker mit drin ist, weil das ist ja in Oreos eigentlich der Fall. Ich glaube, wurde hier dann ersetzt durch Maltit und Sucralose. Ja, also wir haben hier auch nur ein Gramm Zucker pro Riegel. Also das ist wirklich heftig. Es schmeckt wirklich, als wäre da einfach ein Oreo drin. Finde ich sehr, sehr nice. Also geschmacklich wirklich bombastisch, muss man wirklich, muss man echt sagen. Aber ist halt, wie gesagt, leider Collagen drin. Mein allererster Pistazien-Protein-Riegel und dann noch mit weißer Schokolade. Der ist von Iron Max, habe ich im Kaufland gefunden. 45 Gramm Riegel, 185 Kalorien und 14 Gramm Protein. Bisschen weniger als üblich für einen nicht-veganen Protein-Riegel, kann man so sagen. Der ist nämlich nicht-vegan und ich sehe auch, er ist mal wieder nicht-vegetarisch. Wir haben Kollagen-Hüttudelsaat hier mit drin. Das Besondere ist halt, dass wir nicht nur das Pistazien-Tlingen an sich haben, sondern wir haben hier halt noch diese Pistazien-Karamellige-Füllung mit drin. Dann haben wir obendrauf Pistazien und eben die weiße Schokolade mit noch dunkler Schokolade kombiniert und dann innen halt diese, ja, die ist schon so fast giftgrün, diese Schicht. Also da ist auf jeden Fall irgendwie mit Färbemitteln oder so gearbeitet worden, weil so sieht ein Pistazien muss jetzt auch nicht aus. An sich schmeckt er auch ganz gut. Ich finde, die Konsistenz ist, ja, ist so klassisch Protein-Riegel ein bisschen Faubon-Artig. Die Karamell-Tisch ist ganz geil, muss ich sagen. Also die ist richtig, ja, so wie so eine Karamell-Konsistenz sein soll. Die Pistazien hat oben drauf, die gefallen, war halt besonders gut, weil das, ja, meinem Empfinden nach war das natürliche Pistazien. Also wirklich ein Pistazien-Stück. Ja, 12,3% Pistazien haben wir jetzt tatsächlich auch drin. Und man muss echt sagen, Pistazien sind keine günstigen Nüsse. Also, oder was sind Pistazien-Nüsse? Oder ist es dann auch schon wieder irgendwie was Kerniges? Eine Schalenfrucht? Man weiß es nicht. Ich muss nur sagen, wie gesagt, zum einen eben die Konsistenz, es ist mir ein bisschen zu Kaubon-Artig und es ist mir zu süß. Also gerade auch diese Schichte an sich, es ist halt, ja, es schmeckt nicht nach natürlicher Pistazie, außer wenn man mal so ein Pistazien-Stück da oben erwischt. Aber das innen drin ist, ja, ist kein natürlicher Pistazien-Geschmack, sondern dieser klassische, künstliche Pistazien-Geschmack. Auch falls ihr das kennt aus, was weiß ich, irgendwie so einem Pistazien-Aufstrich oder so, der eben nicht reines Pistazien-Mousse ist, sondern auch irgendwie mit Zucker hinzugesetzt und irgendwelchen Aromen. Also so schmeckt dieser Riegel hier auch. Unter dem letzten Protein-Riegeltest wurde kommentiert, dass ich die Riegel von Aldi mal testen soll. Die haben jetzt nämlich auch Protein-Riegel. Aldi-Eigenmarke. Aldi Sports. Und ich habe hier vier verschiedene gefunden. Wir haben hier einmal so 50% Protein-Riegel und hier dann 30% Protein-Riegel. Das sind auch verschiedene Sorten. Wir haben hier einmal Chocolate Caramel, dann haben wir White Chocolate Crisp, hier haben wir Peanut und hier Brownie. Und mir ist schon direkt beim Vergleich der Zutaten etwas aufgefallen. Also Nummer 1 hier sehen wir einmal die Zutaten von denen. Und beim oberen haben wir dann zuerst noch Soja-Protein und dann kommt erst Kollagen. Und hier haben wir Kollagen an zweiter Stelle direkt. Also das ist mir schon mal direkt aufgefallen. Achso, by the way, hier sind die Nährwerte noch. Das sind jeweils 45-Gramm-Riegel. Auch diese hier sind 45-Gramm-Riegel. Die hier haben jetzt 150 Kalorien bzw. 149 und 23 Gramm Protein. Was ja schon echt, ja, crazy gute Nährwerte sind. Aber wir haben hier halt, wie gesagt, eben Kollagenhydrolysaat drin. Und vermutlich auch nicht wenig. Denn wenn man das dann mal mit diesen hier vergleicht, mit den 30% Protein-Riegeln, da ist mir dann aufgefallen, dass hier nämlich kein Kollagenhydrolysaat noch drin ist. Also bei beiden Sorten nicht. Hier habe ich das ein bisschen doof aufgemacht. Aber auch hier seht ihr kein Kollagenhydrolysaat. Dafür haben wir aber auch direkt weniger Protein. Also wir haben jetzt hier 137 Kalorien bzw. hier haben wir doch auch 137 Kalorien und 14 Gramm Protein nur noch. Aber das sind zumindest damit dann vegetarische Riegel. Zumindest, also wenn ich jetzt nichts übersehen habe. Falls hier doch irgendwo Kollagen drin steht und ich es übersehen habe, dann lasst mich das natürlich gerne wissen. Und dann gehen wir jetzt auch endlich mal auf den Geschmack ein. Ich war hier sehr positiv überrascht, wenn man auch direkt das Karamellige rausgeschmeckt hat. Also ich war so ein bisschen in Sorge, dass man durch Chocolate, dass das Karamell dann da gar nicht mehr rauskommt, weil Chocolate ja schon sehr intensiv ist. Aber man schmeckt Karamell trotzdem noch echt schön lecker. Die Konsistenz ist so lala, würde ich mal sagen. Also wir haben hier auch so Soja-Crispies noch mit drauf. Aber die sind leider relativ letschig. Also da ist jetzt irgendwie, ich finde es jetzt nicht sonderlich Crispies. Vor allem auch bei dieser Sorte jetzt hier. Also das White Chocolate sollte ja eigentlich auch crisp sein. Aber da muss ich echt sagen, die sind nicht crispy. Also das ist, ja, die sind letschig geworden, die Soja-Crispies da drin. Und hier die weiße Sorte tatsächlich auch ein Tinken zu süß. Und eben, ja, generell auch einfach nicht so natürlich. Also das ist ja schon ein recht künstlicher Geschmack, kann man so sagen. Dann bei diesen beiden hier. Ich finde, man merkt auch in der Konsistenz einen Unterschied. Ich kann euch das vielleicht mal so zeigen. Wobei ich glaube, ja, man erkennt es nicht so wirklich. Aber die ohne Kollagen, die sind von der Konsistenz auf jeden Fall nicht so soft. Da sind die ein bisschen zäher nochmal. Also, ja, den hier, den fand ich jetzt am schlechtesten, der Brownie. Der Peanut finde ich ein bisschen besser, aber der schmeckt ehrlich gesagt gar nicht nach Peanut. Also ich habe hier wirklich nichts an Peanut rausgeschmeckt. Hier sollen, glaube ich, auch 2% Peanut drin sein, was halt auch nicht so viel ist. Und ja, also für mich, ich würde den jetzt nicht als Peanut-Geschmack bezeichnen. Ich habe da, wie gesagt, kaum was an Peanut geschmeckt. Und geschmacklich, würde ich sagen, ist wirklich der hier mein Favorite, weil eben Karamell. Da wisst ihr da auch Bescheid. Das war jetzt sehr ausführlich zu den all die Regeln. Aber ich glaube, die interessieren tatsächlich auch einige. Ein Regel von Optimum Nutrition. Ich meine, wir hatten schon mal was von der Marke. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, was es war. Aber dieser hier auf jeden Fall nicht. Das ist eine Whipped Protein Bar in der Sorte Peanut Salted Caramel. Ihr wisst, sowas mag ich immer sehr gerne. Deswegen kam der mal mit. 68 Gramm, 226 Kalorien und 20 Gramm Protein. Zutaten. Boah, ich hasse das, wenn das so langgezogen draufsteht. Gesüßt wird hier mit Maltit unter anderem. Dann haben wir, wir haben Erdnuss, Erdnussmehl haben wir mit drin. Erdnüsse nochmal geröstet. Erythrit ist auch mit drin. Sorbit ebenfalls. Maltodextrin auch nochmal. Alles mögliche. Aber wie gesagt, ich glaube, hier ist kein Kollagen drin. Und so schaut der Regel aus. Also schon mal nicht so geil. Und es ist auch so, also die Konsistenz ist irgendwie so extrem klebrig. Also man kann den kaum aus der Verpackung rausholen, weil der an der Verpackung dran glebt. Und hier sieht man das, glaube ich, auch ein bisschen. Also das ist so, ja, Kaubonbonartig. Nur nochmal irgendwie klebriger mit dem da oben drauf halt. Dann haben wir hier aber noch so Crisps mit drin. Die Konsistenz sagt mir irgendwie nichts dazu. Also ich finde es ein bisschen zu klebrig einfach. Also das ist nicht so geil zum Essen. Persönlich einfach zu künstlich würde ich mir jetzt nicht nochmal holen. Ich habe noch eine Sorte oder Variante von Optimum Nutrition gefunden. Und zwar diesmal ein Crispy Protein Bar. In der Sorte Marshmallow. Der ist, ja, wie gesagt, ein bisschen anders als die andere Sorte. Wir haben hier 65 Gramm, 217 Kalorien und auch wieder 20 Gramm Protein. Übersichtlich haben wir auf jeden Fall Palmöl mit drin, sehe ich gerade. Räukenpulver, Milch, Weizenmehl ist hier mit drin, Soja, Sucralose haben wir mit drin. Auch hier sehe ich kein Kollamin. Das ist kein klassischer Protein-Ril, das ist halt wirklich so mit diesen Crisps. Also wie so, was erinnert mich das? Es gibt so Müsli-Ril, die auch so crispy sind. Und so ist der hier. Direkt schon mal sagen, dass der mir einen Ticken zu süß ist. Aber man muss wirklich sagen, der schmeckt nach Marshmallow. Beziehungsweise halt hier, wie es auch auf dem Bild drauf ist, wie so ein S'mores. Dadurch, dass diese Masse halt so crispy ist. Das ist wie so Butterkeks-mäßig. Aber der Geschmack ist wirklich wie so ein Marshmallow. Wie so ein gebackenes Marshmallow. Wie gesagt, mir persönlich einfach einen Ticken zu süß. Und, ja, Zutaten sind jetzt halt auch nicht so bombastisch. Aber kann man machen. Diesen Riegel hier, das ist Wader, aber hier steht Ju-Jos. Das sind neue Sorten, diese Core-Sorten. White Chocolate Coconut in einem Edeka in Hamburg gefunden. Und getestet. 176 Kalorien und 14 Gramm Protein. Ich bin, by the way, gerade noch im Bucher. Und deswegen Hintergrundgeräusche. Ich habe einen Collagen-Hitobes hinten drin. Aber ich habe das in allen Wader-Riegeln. Außer den veganen habe ich auch einen mitgenommen. Das zeige ich euch gleich. Ich finde es sehr, sehr süß. Der ist leider ein bisschen zittert. Ich glaube, eigentlich ist die Form noch ein bisschen höher. Aber ihr seht, hat eine Füllung auf jeden Fall. Die Konsistenz ist auch ganz nice. Sonstig, aber mir persönlich ein Ticken zu süß und zu doll. Kokos. Und wie angekündigt, ich habe noch einen veganen gefunden. Eine Sorte Brownie Cappuccino. Ganz fancy Sorte. Ich möchte mal für eine Proteinregel generell. Also Cappuccino und dann auch noch vegan. Ich wette hier ein bisschen schlechter. Wir haben 195 Kalorien, 15 Gramm Protein. Also schlechter im Sinne von Verhältnis Kalorien, Protein. Und das sind hier die Zutaten. Das ist mit Maltit. Wir haben Soja-Eiweiß. Wir haben Weizen drin. Auch Sucralose. Acessulfam. Und dafür finde ich ihn echt nicht so gut. Also die Konsistenz ist nicht so geil. Ist relativ hart. Und ich mag diese Cappuccino-Note nicht. Also für mich schmeckt es auch nicht nach Cappuccino, sondern nach Lakritz. Und ich mag keine Kratz. Also irgendwie ist es ein bisschen weird. Ihr wisst nicht, wie oft ich die Nachricht bekommen habe, dass ich unbedingt die Moorriegel testen soll. Weil so viele von euch nicht wissen, ob sie sich die holen sollen. Weil sie nicht wissen, ob die sich lohnen. Deswegen, ich teste natürlich für euch. Wir haben, ja, drei vegane Protein-Bites. Heseland-Nougat, Salted-Caramel und Brownie. Nährwerte sind vermutlich recht ähnlich, Porriegel. Genau, wir haben jeweils 45 Gramm, 176 Kalorien, beziehungsweise 169, beziehungsweise 168 und jeweils 10 Gramm Protein. Hier haben wir zum Beispiel Haselnussstückchen mit drin. Hier sind Kakao-Crispies noch mit drauf. Und hier, glaube ich, auch. Genau, hier sind Kakao-Nips mit drauf. Ist auf jeden Fall Soja-Protein mit drin. Also das ist auch das erste Protein, was hier angegeben wird. Also für alle, die Soja nicht vertragen, irgendwie eine Allergie haben, das ist ja schon mal nichts für euch. Ansonsten ist noch Erbsen- und Reisprotein. Gesüßt mit Maltit und Sucralose. Maltit vertrage ich jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Also ich kann schon mal generell sagen, ich war von dem Haselnut-Nougat ein bisschen enttäuscht, weil ich mich da sehr drauf gefreut habe. Aber ich finde, die Konsistenz hier ist von allen drei auch am schlechtesten. Also hier, ich finde den tatsächlich sehr sandig, was ich ehrlich, wie gesagt, nicht so erwartet hätte. Wobei vielleicht gar nicht unbedingt sandig, aber es ist so... Also da, ich finde, bei dem schmeckt man extrem, dass der vegan ist. Da schmeckt man sehr so dieses vegane Protein raus, meiner Meinung nach. Was soll ich sagen? Also sie schmecken auf jeden Fall ganz gut. Man kann sie essen, aber hauen mich jetzt auch nicht kreis vom Hocker, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mir irgendwie mehr erwartet. Mein Favorite wäre jetzt Salted Caramel, weil, wie gesagt, hier stört mich halt doch, dass die Konsistenz so sehr sandig ist. Brownie hat eine bessere Konsistenz, aber da finde ich den Geschmack irgendwie nicht so. Aber hier interessiert es mich tatsächlich extrem, wie ihr die Riegel findet. Falls ihr die schon getestet habt, dann lasst mir gerne mal da, wie ihr die so findet. Ich habe einen neuen veganen Protein-Riegel von Allstars gefunden. Ich wusste gar nicht, dass die vegane Riegel haben und bin durch Zufall gerade hier in einem Edeka drauf gestoßen. Die Sorte ist Crunchy Peanut Caramel. Hier haben wir einmal Zutaten und Nährwerte. Das sind 45 Gramm Riegel, 167 Kalorien und 14,4 Gramm Protein. Gesüßt mit Maltit, Xylit aber auch. Ansonsten, genau, also wir haben hier auf jeden Fall hauptsächlich das Protein aus Soja-Eiweiß. Soja-Crispys sind nochmal mit drin. Erbsenprotein haben wir mit drin. Dann ist eine Erdnusspaste mit dabei. Hier auch so Crunchy-Stücke. Dann wie so ein bisschen Karamell zwischendrin. Man hat reingebissen und direkt diesen Erbsenprotein-Geschmack im Mund gehabt. Also ich finde, man schmeckt schon ziemlich, dass der vegan ist. Aber ist nicht schlecht. Ich finde nur dadurch gerät der Erdnussgeschmack so ein bisschen im Hintergrund. Aber kann man auf jeden Fall essen. Also wenn ihr den seht, kann man machen. Ich glaube, das erste Mal, dass ich einen Riegel von Pulsyn, spricht man das so aus, von dieser Marke auf jeden Fall habe. Ein veganer Protein-Riegel ist das. Ich war sehr überrascht, dass der vegan ist. Also ich habe den erstmal irgendwie so gesehen und hätte nicht gedacht, dass das ein Client-Based-Riegel sein wird. Habe ich mich natürlich umso mehr gefreut. Ist die Sorte Cookie Dough. Wir haben Erbsenprotein, Fababohnenprotein, Reisprotein. Dann haben wir den Schokoüberzug. Der ist mit Erythrit gesüßt. Das mögen wir. Joka-Faser ist hier mit drin. Chicoré, finde ich. Sieht soweit ganz gut aus, eigentlich was die Zutaten angeht. Nährwerte. Wir haben einen 57 Gramm Riegel. 227 Kalorien und 14,8 Gramm Protein. Also hier waren auf jeden Fall zwei Schokostückchen. Die sind da auf jeden Fall drin. Also auch in dem ersten Stück, was hier vorne war, habe ich das schon geschmeckt. Und ich muss echt sagen, der gibt mir Cookie Dough-Vibes. Ich finde den echt ganz gut. Konsistenz ist ein bisschen hart, aber ich kann da echt nicht groß meckern. Also ich finde den echt sehr, sehr positiv überrascht. Seit langem mal wieder ein veganer Protein-Riegel, den ich echt cool finde. Ich habe hier Riegel von PHD, die Smart Plant Bars. In drei verschiedenen Sorten. Chocolate Peanut Brownie, Vanilla Fudge und Salted Caramel. Und ich kenne die ja an sich schon, nur diese Sorten hier nicht. Also ich hatte damals Sorten, ich glaube das eine war so mit Pretzel oder so. Irgendwas Besonderes war das. Und die mochte ich eigentlich immer ganz gerne. Und deswegen dachte ich hier, teste ich die vielleicht mal. Ich zeige euch jetzt hier bei einem eben mal schnell Zutaten und Nährwerte, weil die ja doch alle dann immer recht ähnlich aufgebaut sind. Also wir haben hier 20 beziehungsweise 21 Gramm Protein und haben hier zum Beispiel 249 Kalorien. Also das ist immer recht ähnlich. Es sind immer 64 Gramm Riegel, also recht große Riegel. Ein bisschen mehr Kalorien und dann halt die 20 Gramm Protein. Darauf kommt man dann aber auf jeden Fall. Und die Zutaten stehen hier so ein bisschen tricky drauf. So langgezogen. Ich finde es aber super unübersichtlich. Jedenfalls ist hier eine Proteinmischung aus Soja, Erbse und Kürbiskern. Und da kann ich schon mal direkt sagen, schmeckt man. Also vor allem eben das Kürbiskern-Protein schmeckt man sehr intensiv raus, meiner Meinung nach. Ich habe jetzt zum Beispiel noch Erdnusspaste mit drin. Ansonsten wird mit Xylit unter anderem gesüßt. Wir haben Aromen mit drin. Aber das ist ja auch klar bei solchen Sorten. Hier seht ihr es immer. Also wir haben so eine Hauptmasse, dann so eine, ja wie so eine Karamelligeschicht. Und dann die Schokolade außenrum. Diese Karamelligeschicht ist auch recht klein, also recht wenig immer. Und obendrauf sind dann auch die Crisps. Ja, und wie gesagt, also man schmeckt sehr stark das Kürbiskern-Protein hier raus. Und deswegen finde ich, schmeckt man zwischen den Sorten auch nicht so einen krassen Unterschied irgendwie. Also ja, dieser Kürbiskern-Geschmack ist einfach so dominant, dass es das andere sehr doll übertönt, muss ich leider sagen. Also ich bin von denen hier echt ein bisschen enttäuscht gewesen. Also vor allem, weil das eigentlich so geil klingende Sorten sind, fand ich ein bisschen sad. Das Einzige, was man raus schmeckt, ist hier das Karamell-Aroma. Aber den anderen beiden finde ich, man schmeckt nicht so einen Riesenunterschied zwischen den Sorten. Ich habe gestern Nacht diesen veganen Riegel von Powerbar gefunden und gegessen. Aber für euch ein Stück übrig gelassen, damit ich es euch noch zeigen kann. Das sind 42 Gramm, 160 Kalorien, 10 Gramm Protein. Soja-Protein drin, Erbsen-Protein, Reis-Protein. Ansonsten wird gesüßt mit Sauvide, Malti, Erdnuss haben wir 9% drin. Erdnussmark, Oligofrutus ist ja übrigens auch nochmal mit drin. Schoko, Karamell und dann diese Hauptmasse. Da sind ab und zu mal so Erdnussstückchen mit drin, wie ihr sehen könnt. Und das finde ich halt super nice, weil das immer so ein kleiner Überraschungseffekt ist, weil die vor allem auch super knackig sind. Ich finde, die Hauptmasse erinnert irgendwie so ein bisschen an den Keks. Also man könnte ja meinen Peanut-Chocolate-Soße-Snickers-Meißer, aber irgendwie finde ich, erinnert der mich eher an Twix. Aber finde ich ganz nice, muss ich sagen. Ein Riegel von Rocker Nutrition. Ich habe jetzt schon einige getestet, aber den hier kannte ich definitiv noch nicht. Das ist der No-Way-Bar-Pro in der Sorte Caramel-Chocolate-Fudge. Das ist ein veganer Protein-Riegel, bei Rocker ist ja inzwischen alles vegan. 18 Gramm Protein ist für einen veganen Protein-Riegel schon echt viel, vor allem auf die Nährwerte. Ich habe 60 Gramm, 188 Kalorien und eben, wie gesagt, 18 Gramm Protein. Sojaprotein, Mandelprotein, Erbsen- und Reisprotein. Gesüßt wird mit Oligofruktursirup. Dann haben wir noch Maltit mit drin. Utralose, Stevia ist auch noch mit drin. Und da kann ich euch direkt sagen, schmeckt man. Also ich finde, man schmeckt sofort, dass hier Stevia drin ist. Und ich mag das ja überhaupt nicht. Deswegen schmecke ich das halt auch immer so direkt. Also man fährt es halt immer direkt negativ auf, wenn in einem Riegel Stevia drin ist. Weil ich finde, es hat immer so diese beißende Note generell der Riegel. Also ihr seht, wie er aussieht. Man hat da unten so einen Schokofuß, nennt man das, glaube ich. Also das ist unten so ein bisschen Chocolat. Ja, die erinnert so ein bisschen an Fatsch, aber an keinen guten. Ich finde, man hat auch so ein leichtes Karamellarum, aber immer mit dieser beißenden Stevia-Note drin. Und das mag ich einfach nicht so gerne. So, neben den More Bites habt ihr mich auch nach den Cookies gefragt. Auch die habe ich getestet. Ich habe hier fünf verschiedene Sorten, um mal so ein bisschen durchzutesten. Peanut Butter, Brownie, Cookies and Cream, Raspberry Cream und Peanut Butter Jelly. Diese hier ist die einzige vegane Sorte, die jetzt hier mit dabei ist. Also die nennen sich Chunky Cookies und sind eben immer mit so einer Füllung und dann mit Schokolade umhüllt. Also ihr seht es ja hier eigentlich auch. Ich zeige es euch gleich natürlich nochmal genauer. Zutaten gehe ich jetzt nicht bei jedem Einzelnen drauf ein. Ich meine, ihr könnt es euch auch einfach im Internet sonst anschauen. Aber einen kleinen Blick können wir mal hier zum Beispiel bei der Sorte jetzt mal draufwerfen. Also im Prinzip sind das einfach Kekse, klassische Kekse, die eben auch mit Weizenmehl, seht ihr ja, Vollmilchpulver, Rapsöl haben wir hier mit drin. Nur, dass diese hier halt mit, ja, nicht mit Zucker gesüßt sind, sondern hier eben mit Maltit. Und auch die Nährwerte sind tatsächlich gar nicht, also kalorientechnisch ist da jetzt nicht der Riesenunterschied zu normalen Keksen, die man so kaufen kann. Der Unterschied liegt halt im Zucker. Also ihr seht ja, der hat recht wenig Zucker. Sieht man dann hier auch in den mehrwertigen Alkoholen. Genau, so sehen die aus. Yes, ich finde die ganz lecker. Ich muss nur sagen, die Konsistenz ist ein bisschen bröselig. Ich finde nur teilweise die Schokolade ein bisschen zu dominant. Also ich finde, man hätte die Schoki-Schicht tatsächlich einen Ticken dünner machen können. Diese Sorte hier finde ich halt sehr, sehr geil, weil ihr wisst ja, ich liebe auch weiße Schokolade. Und die hier muss ich allerdings sagen, die finde ich ganz schlimm. Also die hier mit dieser Himbeerfüllung ist mir richtig übel schon von geworden. Aber ich mag auch keine Jaffa-Kekse. Fand ich schrecklich. Wie gesagt, die hier geht noch, weil da gleicht es der Rest so ein bisschen aus. Wie gesagt, ich finde, teilweise hätte man die Schoki-Schicht ein bisschen dünner machen können. Vielleicht dann doch recht süß auch dadurch. Aber so an sich kann man die auf jeden Fall essen. Und spart so eben ein bisschen was an Zucker ein. Und das war es auch schon mit dieser Runde an Protein-Regeln. Wenn ihr noch weitere Wünsche habt, dann gerne ab damit in die Kommentare. Ihr wisst, ich habe schon einiges getestet. Ich werde euch auch meine vorherigen Videos, also die sind alle in der Playlist, die kann ich euch auch gerne in die Infobox reinpacken, falls euch bestimmte Marken interessieren. Ihr werdet zu 99% fündig werden, denn ich habe wirklich schon so unfassbar viel probiert. Shameless-Werbung noch am Ende hier reingepackt. Das ist mein eigener Protein-Regel. Der ist auch vegan, der ist aber zusätzlich auch noch bio, natürlich. Wird nämlich mit Eritrit gesüßt und ist super lecker. Ist die Sorte Peanut-White-Chocolate. Also falls ihr den testen wollt, packe ich euch auch in die Infobox mit Rebell-Code mit dazu. Also einfach, dass ihr den hier gesehen habt. Ist natürlich mein Lieblings-Protein-Regel, was soll ich anders sagen. Aber er ist wirklich sehr, sehr lecker. Also falls ihr den mal probieren wollt, schaut in die Infobox. Und ansonsten war es das mit dem Video. Wie gesagt, ich freue mich über einen Daumen nach oben, einen Kommentar, einen Like. Ein Daumen nach oben ist ein Like auf YouTube. Naja, ein Abo freue ich mich noch drüber. Ansonsten schaut euch gerne auf Instagram vorbei. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!